Hier ist ein Hammer und ein Sammer, da steht ein großer Lensbereich. Super schön, da dürfen wir leider nicht rein, da werden noch Schuhe anbauen. Das ist dann ein bisschen okay, wie es durch hier einen Anschiss. Hier ist ein bisschen sauber und hier geht es dann schön in den Lensbereich. Hier kann man dann schöne Lensbehandlungen buchen, Gesichtsmassagen. Und hier oben geht es dann schon in den Hauptbereich rein.